Halli und hallo meine lieben Freunde, Willkommen zur nächsten Folge von Whitelands und dann mitten mit dem lieben Charlands. Hallelüchen! Den lieben Lemon Freak, der grad nicht bei uns in der Nähe ist, weil wir explodiert sind und die halt nicht. Hallo! Und den lieben Blatt, der halt auch für dich explodiert ist. Wir aber schon. Ja, Aim-Bot. Aim-Bot, das ist Kill-Bot. Ach ne, gar nicht wahr. Lemon darf hier entscheiden. Jetzt musst du hier entscheiden. Ja, du bist dran. Hilfe! Ja, jetzt machen wir trotzdem den grünen Punkt da fertig. Ja, ich komm Jenny. Ey, aber bevor ihr reinfahrt, wartet bitte auf uns. Ja! Das soll sprengen. Bevor wir das da in die Luft sprengen, können wir ja warten. Ja, deswegen solltet ihr ja warten, bevor ihr reinrennt. Du bist halt Kilometer von mir entfernt. Hattest du, hab ich auch letztens gesagt und dann hast du die Tür einfach raufgesprengt, ne? Das hab ich nicht vergessen. Ähm. Sowas würde ich nie tun. Nein. Never, ever, ever, never, ever, never, ever. So. Alle nur du nicht, ne? Ja. Jenny macht das ständig. Mike auch. Ah ne, Mike ist zu doof dazu. Ähm. Hä? Boah, Alter was war das grad Jenny? Ich weiß es nicht. Bei mir ruckelt so ein Lex. Also nicht, äh, internettechnisch halt. Achso, kann sein, weil ich hoste. Nein, weil ich Internetkacke hab. So. Wohin fahr ich eigentlich? In die Müll, 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 in die Müll. Gut, ich steh hier vor, ich spreng auf. Warte, nein, 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 ich bin doch noch nicht da. Okay, jetzt hat sich grad einen optischen Klick in der Fresse oder so. Ich dachte, ich hab einfach Wetter gesehen. Das wär mir neu in dem Spiel. Okay. Zählt runter, wenn es so weit ist. Ähm. Zählt einfach runter. Los geht's. Ja. Was müssen wir jetzt finden? Wieder so'n Server, oder? Ja. Hab ihn. Brauch' Hilfe hier oben. Boah. Jupp. Der ist genau da, in die Richtung, wo ich liege. Bester Wegmarker. Besser als jeder Fall. Ähm, aua. Hinter dir den, äh, Teil noch brauchen, ja. So, gut, wir können. Der legt halt da und alle gucken zu. Der Wegmarker möchte gerne mitgenommen werden. Du gibst. Ah, okay. So, jetzt doch clean. So, äh. Äh. Ja, wir müssen Motorräder nehmen am besten. Meins steht da hinten, einmal um die Ecke. Mike, wo wollen wir als nächstes hin? Wo hast du deins geparkt, Tobi? Keine Ahnung. Sag halt. Nehmen wir das halb, halb kaputt hier, hier. Ja, ich würd' sagen, du gehst zum Heli da, oder? Aber es kann, Lemon kann nicht bei uns mitfahren, wenn du keinen anderen Heli, äh, Motorräder hast. Wo hast du geparkt? Hä? Mike hat doch eins, oder nicht? Nö. Hä? Er kann doch einfach zwei fahren, oder nicht? Es geht. Ja, komm, dann hol ich den Heli. Nein, der hat doch schon hier oben. Dann passt's. Guck mal, der hat eins. Passt. Oh, äh. Ja, hier ist auch irgendwas anderes noch zum Einsammeln. Okay. Wollen wir das holen, Lemon, oder nicht? Was? Hier bei mir ist was zum Einsammeln. Äh, ich hab da nichts. Ja, du musst erst erkunden. Ah, zu schnell. Ah, ich hol dich mal kurz. Ähm, ähm, wie bist du da gelandet? Vorne ist irgendwo ein Backstein, oder so. Achso, ein Kieselstein. Ja. Gestolpert. Aber beinahe im Fluss gelandet, hey. Ja, er ist über den Kieselstein gestolpert. Weich gelandet. Ähm, Mike, was machst du da? Gegen der Wand fahren. Rum sassar, da rum sassar. Oh, noch ein Fähigkeiten von mir. Ich hab schon eine Fernschuss-Elite. Stimmt ja, warte mal. Äh, ich auch. Äh, ich nehme dann eigentlich lautlosen auf den Schuss-Widerstand. Ja. Dankeschön. Hey, ich hatte doch... Ich hab auch Explosions-Radius. Äh, die finde ich nicht so toll. Wenn... Dann tötest du mehr deine Kollegen als das andere. Und nun? Und nun? Was ist da schlimm dran? Äh, ich mach mal Batterie hoch. Und die reich, weil... Hab ich irgendwas für einen Skillpunkt? Ich hab schluck auf. Hm. Wie war das mit dem... Was macht ihm das schon? Ja. Ich lege. Ja, guck mal hinter dir. Ah, Lemon, du bist C, oder? Ja. Okay, gut. C wie Zitrone. Ähm. Soll ich mal G gedrückt halten? Nein, Fahre. Äh, nein. Ach, schade, ging nicht mehr. Helikopter, Piep, mach aus. Okay, ich spring ab. Äh, wie einfach mal die der zwei Leute bei mir jeweils wieder rausfallen. Ja. Es ist... Irgendwie entweder sind die Server auch so geschissen oder so, keine Ahnung. Du brauchst das, ja. Das hat mit dem Server nichts zu tun. Ja, doch. Man spielt trotzdem in meinem White-Lens-Server. Oh. Äh. Ähm. Ähm. Wir springen ab, oder? Wir springen ab. Äh, bis. Der ist halt genau an mir vorbeigeflogen. Äh, wie öffne ich den Fallschirm? Leertaste. Leertaste. Oh, äh, ja. Ja, der hatte gerade mitten im Flug ist er hin und hergezwischt. Zwischen Controller und Leertaste. Zwischen Controller und Leertaste. Ja, zwischen Controller und Keyboard halt. Ich komme mit dem stylischsten Gerät an. Ich komme mit dem stylischsten Gerät an. Ich bin genau halt bei der Medaille gelandet. Ich bin halt Oma. Ja. Ich bin unterwegs. Wartet auf mir. Ich bin runtergefallen. Toll. Sehr, sehr geschützt worden. Ja, aufpassen, dass es da eigentlich schützt. Habe ich mitbekommen. Äh, ja, den Schützen habe ich gerade auch ausgeschaltet. Was ist denn da irgendwo noch für Dinger? Ja, nee, ist klar. Was? Weißt du, da hockt man im Gebüsch und da fällt dann einfach so so ein Traktor dran vorbei. Ernsthaft? Ich sagte, Träger, 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 Träger. Okay. Ich bin der Farmer. Ich bin der Farmer. Auf der Badung. Wow. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich sehe nichts. Ich höre nur explodieren. Ich wollte natürlich den anderen Heli mal nehmen. Deswegen bin ich abgesprungen. Ich will meine Medaille. Scheiße, ich habe einen Zivilist getötet. Ach, Jenny. Wow, wow, wow. Kuroko, Erkundung. Ähm, Hilfe. Ja, ich komme mit. Heli. Fuck. Hilfe. Ich will meine Medaille. Ja, ein bisschen. Dann helfe ich dir. Fertigkeits... Plus fünf Fertigkeitspunkte. Äh, ist das ein feindlicher Heli? Ja. Ähm. Stürzt du gerade auf mich drauf? Nein. Was macht der da oben? Er macht den Fahnenmast. Ja. Ja. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Weißt du, ich helfe euch ein bisschen. Ich hole mal ein kurzes Paket da drüben. Guten Tag, der Herr. Aber irgendwie habe ich das Problem, eigentlich an Skillpunkte ranzukommen und nicht die Skills, äh, nicht diese Punkte, die wir überall so einsammeln. Na toll. Ich habe 25 Fertigkeitspunkte, also, äh, 25 Fertigkeiten, die ich freischalten kann. Achso. Ja, ich skill mittlerweile schon so halb random. Weil ich habe eigentlich alles, was irgendwie wirklich interessant für mich ist. Schau mit der Blondkarapellenreifen an. Ach, nö. Beweg dich doch nicht. Leid am Boden. Blöd, Mann. Das war's hier eigentlich in der Stadt, oder? Auf mich wird geschießen. Ach, nö, da drüben ist noch ein Waffenteil. Auf mich wird geschießen. Ich weiß nicht, von wo. Das ist auf dich. Ähm, au. Danke. Dein Ernst, Jenny. Sorry. Das merke ich mir. Ich war das nicht mal. Ja, 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 ja. Ich war das wirklich nicht. Guck, 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 guck. Kann ich sagen. Oh, da kommt ein Heli. Und ich hole mir ein Heli. Ja, ich bin weg. Ich glaube, der stützt ab. Ich weiß noch was ich das... Wollt ihr mitfliegen? Nein, hier hinten ist doch noch was. Komm her zum Einsammeln. Ja, da wollte ich ja hinfliegen. Ja, da kannst du kein Lauf, Mädchen. Ich bin faul. Das ist übrigens die Mission, die da gerade fährt. Da ist alles rot, ne? Spür ich. Wow. La 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 la. Okay, runterspringen. Das hört sie sich jetzt nicht gerade gesund an. Was war das? Nicht der Heli? Äh, oh Gott. Ich krieg Besuch. Hilfe! Äh, ihr wisst, dass daneben... Wollen wir mal schnell den Einsatz machen? Hilfe! Wollen wir schnell den Einsatz machen? Ja. M, 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 M drücken. Was sollen wir denn machen? Geht du umnieten? Nein. Doch, umnieten, umnieten, steht drauf. Nein. Nein, verhören. Das ist dasselbe wie umnieten. Der ganze Zeit bin ich mit meinem... Okay, wir haben dich, Schutz. So. Filmen wir ihn. Können Sie mich nicht. Por favor, ich habe eine Familie. Der Zugangscode zur Kokainfabrik. Raus damit. Ich habe zwei Jungen. Zwei Kleine. Mistikitos, Gustavo und Felipe. Oh, ne? Leipistone. Ich habe Fotos. Wollen Sie sie sehen? Nein, ich will die Scheißfotos nicht sehen. Gib mir den Code, dann sind wir fertig. Ja, okay, ist eh so. Was ist los mit Ihnen? Hasten Sie Kinder oder was? Herrgott, willst du nach Hause zu Gustavo und Felipe? Dann gib mir den Scheißcode. Tu wo buono? Er ist 654-375- Wirklich, ihr Schwenk! Okay, wir haben den Code. Ich sende Ihnen einen Virus, den Sie in die Automatisierungssoftware der Fabrik lasen. Dadurch wird der Brüssel... Handfeuer, warte. ...und das Kokain verunreinigt. Wenn jemand versucht, ihn zu beseitigen, sind die Maschinen schrott. Das kostet Santa Blancas Team von Grund- und verlinkt die Fabrik für Monate lahm. Ich sehe eine Waffenkiste. Wenn ihr herkommt, hier geht's weiter, wenn ihr wollt. Tobi? Ne, ich habe schon keine Lust mehr. Warte, warte, bis alle da sind. Es ist, dass die Mission weitergeht, sorry. Achso. Hey, guck mal da, da will man sich auf eine Bank setzen und die fällt um. Da würde ich mir Sorgen machen an deiner Stelle. Was soll denn der Mist? Tobi? Kommt hier bitte hier hoch. Ähm. Wo ist jetzt mein Wagen geparkt? Komm einfach her. Da hinten, ich sehe ihn. Da hinten. Ja, ich komme jetzt mal einsammeln. Nichts einsammeln, guck mal. Achso, ja. So, ich habe sie wieder hingestellt. Dann geht mal ein. Ja. Gib ein. Wow. Achso, schade. Ich dachte jetzt, man muss das auswendig lernen. Verstanden. Serverraum oben? Wie? Äh. Was wolltest du auf der Herrentoilette? Das sage ich dir nicht. Hier ist die Waffe. Ja, gut, Handvolle Waffe benutze ich eh nie. Die Steuerung ist hin. Damit steht die Fabrik monatelang still. Wohin jetzt? Wir durchsuchen die Lagerhäuser, machen das gebunkerte Kokain unbrauchbar und verschwinden. Verstanden. Verstanden. Gehen wir zu zweit. Lemon, kommst du mit? Hier hin? Wir gehen hier hinter. Lemon. Ja, ich gehe zu dem. Der Schaden im Kontrollraum hat wohl die Schlösser überbrückt. Durchkennt das Gebäude und vernichtet alle Kokainvorräte, die ihr findet. Wird gelacht. Wird gelacht. Wird gelacht, kommst du dann zu mir? Ich bin alleine. Der ist ein Vorrat. Zerstören wir ihn. Wo ist hier hinten? Da. Da, wo ich halt nur eine Person ist. Wie sagt man denn? Diese Auszeit ist manchmal echt geil. Hier hin? Ja, wo halt nur eine Person ist. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen zu schütteln. Weiter im Text. Ähm. Ist doch sicherlich irgendwo Munition, oder? Ja. Ja. Ich komme hier halt einfach nicht weg. Ich bin behindert. Dann nehme ich halt den Weg da drüber. Nö. Schloss erledigt. Auf geht's. Alter. Vorsicht. Ich habe einen Kokainvorrat gesichtet. Ladung scharf. Oh, verdammt. Oh, fuck. Oh, fuck. Boah, eigentlich, eigentlich. Jetzt, komm wir jetzt raus, 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 raus. Wann, wann, wann. Aua. Boah, hast du ein Schwein, Mike? Alter. Du rutscht bei mir. Du rutschst bei mir nur noch durch die Gegend. Echt? Geiles Ding, oder, oder? Das setzt El Emissarien unter Druck. Er muss darauf reagieren und sich zeigen, dass er gehört der uns. What the fuck? Was macht ihr da? Das sieht creepy aus. Bin ich durch die Gegend slider? Ja, du rutschst irgendwie, weiß ich nicht. Du rutschst so, nur so halb, ein Bein in der Luft, passt hier irgendwie einer Flamingo. Ich bin Pink, ich bin Flamingo. Oder, ähm, weil die läuft bei mir normal. Bei mir nicht. So, auf geht's. Mit einem Flame, Mingo. Dein Ernst? Nein. Ich flame dich auch gleich. Hey, übrigens. Wer will fahren? Hier. Wer will fahren, du? Okay, wir machen dann so, dass wir auch in der nächsten Folge weiter labern. Und bis dahin, meine lieben Leute. Cheerio! Tschüss. Tschüss. Tschüss.